Hier seid ihr auch, um die anderen. War das nicht das, um das ich mich schon gekümmert hatte? Hatte ich da was vergessen? Oder wie muss ich denn die erobern? Ich glaube, das war doch die, oder nicht? Ah, ich gucke gleich nochmal. Ah, glaub gar nicht. Ja, und damit wieder, Leute. Willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ups, Far Cry 6 auf dem PC, Folge 11. Jetzt geht's erst richtig los, Freunde, quasi. Wir sind von der Startinsel runter auf der richtigen Map. Nur zwar ein bisschen zu fahren. Sehr viel zu fahren. Aber ja, du wurdest gewarnt. Jetzt müssen wir auch mit mehr Gegnern rechnen. Ist ja wunderbar. So. So. Was ist denn da los? Übertreib mal nicht gleich. Ich will ja hier nur ein Land. Madrugada. Ist ja interessant. Was soll's? So, willkommen auf der richtigen Map. Was haben wir hier? Ein bisschen umgucken muss ja auch sein. Was willst du? Und sie liegen sich auf dem Weg. Darf ich mal sagen? Zack. Wird erledigt. Was mir raten geht nicht. Wo ist mein Pferd? Nee, ich würd gern eigentlich dann nicht so. Das hier ist mein... Das ist schon etwas belastend. Ich brauche dieses Pferd. Oje, was zum Teufel. Sorry. Ab geht's. Ich glaub die Armbrust müssen wir nochmal wechseln. Mit einer Armbrust will ich da jetzt wirklich nicht wirken. Ja, so. Hallo. Oh. Boah, ich sag mal so. Mit Talbolzen. Äh. Oh. 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 Ja, da ist drauf, Alter. Ja, von wem wurde ich denn jetzt entdeckt? Oh. 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 Multitasking fähig ist er nicht. Sagen wir mal so. Aber ist ja egal. Ah. Das hier entdeckt wurde, ist schon wieder so. Ne? Aufgeklärt war ich definitiv nicht. Und der Stolperdraht ließ sich auch nicht entschärfen. Aus welchem Grund auch immer. Ah ja. Ist egal. So. War ich den Clown, oder? Wie sieht das aus? Ich muss woanders starten. Ja. Tigger. Ja, mit ihrer... Mit seiner Faust. Klar. Mit zwei Schlägen. Und ich muss fünfmal mit der Pistole auf den Kopf knallen. Ist das toll. Ja. Ich werde zu dem Computer... Okay. Na gut. Alter, die Musik, die da läuft, ist ja auch maximal los. Ich bin ein Schlüssel. Aber wofür? Was bin ich dafür? Das sind einfach diese Safe-Rooms, wo man einfach einen Haufen Zeug kriegt. Das ist auch alles. Also, habe ich jetzt auch nichts gegen, ne? Aber, naja. Komme ich jetzt hier wenigstens irgendwo wieder raus, wo das Sinn macht? Oder werde ich jetzt hier einfach nur irgendwo hingescheucht? Okay, ich komme tatsächlich irgendwo anders jetzt wieder raus. Ähm. Kommen ich jetzt hier. Was? 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 Hau, hau! Hau, hau! Hau, hau! Hau, hau! Hau, hau! Herr Präsident, Anton Castillo! Ich bin noch im Hauptgebäude. Oh, wann hasse ich das? Na ganz ehrlich, die Knarre? Ist richtig geil. Hallo, vereilung! Okay. Ich, ich, ich lasse euch einfach mal. In freedom, wa? Oh lol, war ich hier nicht sogar am Anfang? Oh, belastend. Oh, hier kann ich abhauen sogar. Nice. Nice. Nein, es kommt keiner. Feier ich ein bisschen. Na endlich! Oh ne. Ja, okay. Das ist jetzt... Das ist jetzt eine Reihe von weiteren Zielen. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte eigentlich nur, genau, die da. Mhm. Ja, okay. Dadurch decken wir noch mehr Ziele auf. Okay, wir haben... Wir haben zu tun. Man muss ja bestimmt eine, eine bestimmte Anzahl an Zielen gemacht haben, wa? Tatsächlich, die Pistole hier, die ist nice. Tatsächlich, die Knarre ist richtig stark. Ja. Danni, das Militär lagert einen Teil des abgereicherten Urans bei diesen Flugabwehranlagen. Besorg mir etwas davon, dass das Flugabwehrs zufrieden muss bauen. Wenn du dir frei die Flux ausschaltest, kannst du dich frei durch Jahresluftraum bewegen. Den Moment anziehen... ... oder? ... oder? Ja, wenn ich meinen nicht schlafen will, hätte ich lieber den Arm. G�. Geid. Was ich nicht? Was ich nicht mehr? Noch mehr Zeug, das ich nicht hier lassen will. War es richtig groß? Achso, hier ist der Bunker. So, als ob es auch so ein riesen Weg. So, ach du Kacke, Alter. Okay, Rang 5, Rang 7 ist tödlich. Rang 8, hier ist Esperanza, genau. Da oben ist noch eine kleine Insel. Ist das da? Ah, das ist wahrscheinlich das, wo seine Festung ist dann am Ende, wa? Und hier war der Staat. Allein, das war ja schon, äh, nicht klein. Wo sind wir? Da. Hier ist noch ein militärisches Ziel. Ach komm, ganz ehrlich, machen wir das doch auch noch. Ah, das muss ich auch folgen, ne? Ja, so. Okay. Okay. War das nicht das, damit ich mich schon gekümmert hatte? Hatte ich da was vergessen? Oder wie muss ich denn die erobern? Ich glaub, das war doch die, oder nicht? Ah, ich guck gleich nochmal. Ah, glaub gar nicht. Aber doch. Wahrscheinlich muss ich einfach nur irgendwas kaputt machen oder so. Hä? Hä, ist das was anderes jetzt? Was ist das denn? Okay. Pass bloß auf, Dani. Kann ja bloß aufpassen. Deine Mutter passt auf, alter. Machst du auch, mein Lieber. El Castillo. Wo passt du denn rein? Ja, frau bitte, Leute! Da kommen kaum zwei Leute und da hast du schon wieder keine Chance mehr, ne? Merkst du, was hier nicht stimmt? Hä, ist das nicht genau das gleiche hier? Oder ist das jetzt einfach nur, weil das sieht ja auch nach dem gleichen Gebäude aus. Hier ist wieder der Gang und so. Ah. Oh mein Schnauze, alter. Alter, war ein PC, ey. der Disc. Ah, warten, warten, warten. Den schieße ich auf jeden Fall jetzt hier drinnen ab, alter. Ja. So, wird das jetzt jemand dann erledigt oder erobere die FND-Basis? Oh mein Schnauze. Oh mein Schnauze. Oh mein Schnauze. Okay, man muss nur noch den letzten Gegner aus dem Weg räumen. Na dann, gehört zu uns. Erobert. Die Cortina-Wetterstation. Kein Alarm ausgelöst. Junge, bin ich gut. Okay, nice. Dann gehört die Barsons. Endgültigerweise hier. Nice, 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 nice. So. Das muss ich mir mal überlegen. Eigentlich nicht. Ich würde gern das jetzt nehmen. Warum nicht? Damit bin ich, denke ich, mal zufrieden. Es steht eine Vorratslieferung an. Sei als Erste vor Ort und schnapp sie dir. Danke. Hm. Okay, jetzt haben wir hier quasi erstmal ganz gut. Gut. Hier sind noch rote Sachen. Das ist erstmal nicht so schlimm. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Da würde ich sagen, machen wir dann aber in der nächsten Folge weiter. Hier haben wir ein bisschen was gemacht. Joa. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Ach du kacke. Gut. Na dann. Mal meine nächste Folge weiter, Freunde. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020